Sharingham. Landluft kann tödlich sein. Von Matthew Costello und Neil Richards. Es liest Sabina Godetz. Folge 27 Tod zur Geisterstunde Ein Schrei in der Nacht Mordfeu früstelte, als sie die Zufahrt zu dem Gebäude hinaufging, dass sie, wann immer sie gegenüber Freunden im Dorf von ihrem Job sprach, den großen alten Steinhaufen nannte. Direkt vor ihr ragte Hill House auf, das von seinen Besitzern Basil und Alicia Coates gern als Herrenhaus bezeichnet wurde. Es ähnelte jedoch keineswegs einem herrschaftlichen Wohnsitz, sondern erschien eher wie eine schaurige, abweisende Burg. Und an kühlen Abenden wie diesem, wenn die Sonne früh unterging und nur noch wenige Oktobertage übrig waren, sah es definitiv nicht wie ein Herrenhaus aus. Oder zumindest nicht wie eines, das man sich als Heim wünschte. Trockenes Laub knisterte unter ihren Füßen, als sie sich dem hohen Eisentor näherte, durch das man zum Backsteinbau mit seinen zahlreichen Spitztürmen und Giebelfenstern gelangte. Hier würde ich nie freiwillig wohnen, dachte Mord. In dem verdammten Bau gab es nicht mal ausreichend Kamine, um an einem Abend wie heute die klamme Kälte zu vertreiben. Hier draußen, am Rand des Winsome Rice, wurde Hill House von den schlimmsten Winden heimgesucht, die im Herbst und Winter über Charingham hinwegfegten. Da lobe ich mir doch unser kleines Rheinhäuschen mitten im Dorf, dachte Mord. Hier macht es nichts aus, am Feldweg unten zu parken und zu Fuß rauf zu gehen. Das war allemal einfacher, als hier hochzufahren, auszusteigen und dann mühsam das Tor weit aufzustemmen. Das schäbige alte Ding hat mehr als nur ein paar Spritzer Öl nötig. Wie beim Haus selbst waren auch am Tor so einige Reparatur- und Modernisierungsarbeiten dringend notwendig. Noch sinnvoller wäre es wohl, alles hier mit dem Bulldozer platt zu machen. Natürlich würde sie so etwas nie gegenüber Basil und Alicia äußern. Nach allem, was die beiden wussten, liebte Mord dieses Haus so sehr, wie die zwei es selbst taten, oder zumindest Vorgaben. Mord vermutete allerdings, dass Alicia, die rund 25 Jahre jünger war als Basil, etwas Kleineres und Moderneres lieber gewesen wäre. Möglicherweise eine von diesen hübschen Villen, wie es sie auf den sonnenverwöhnten Hügeln ihrer Heimat Italien gab. Wahrscheinlich hat sie schon seit langem genug vom englischen Winter, die arme Frau. Endlich erreichte Mord das hohe Eisentor. Früher musste es mal vom Haus aus zu öffnen und zu schließen gewesen sein, aber auch das, welch Wunder, funktionierte nicht mehr. Die alte Gegensprechanlage seitlich vom Tor ging noch, doch Basil und Alicia erwarteten, dass Mord direkt zu ihnen kam. Und zwar an fünf Abenden die Woche, täglich außer Samstag und Sonntag. An jedem dieser Tage fuhr Mord nach ihrem eigenen raschen Abendessen her, um den beiden den abendlichen Tee zuzubereiten, die Betten aufzuschlagen und, neuerdings, den immer vergesslicheren und gebrechlicheren Basil daran zu erinnern, seine vielen Pillen zu nehmen. Das waren alles Tätigkeiten, die auch Alicia hätte übernehmen können. Doch die beiden versuchten, den Schein zu wahren und mit ihrem spärlichen Personal so zu tun, als wären sie, ja, was eigentlich, die herrschaftlichen Besitzer eines imposanten Anwesens? Lächerlich, dachte Mord. Sie begann, einen der beiden Flügel des schwarzen Eisentors aufzuziehen, dessen hohe Stäbe oben mit Darstellungen von Fledermäusen verziert waren. Fledermäuse? Typisch Basil. Er wollte jeden daran erinnern, woher sein Ruhm und einstmaliger Reichtum kamen. Fledermäuse, Monster, Zombies und Geister. Dieser ganze Unsinn mutete lachhaft an, wo es doch Tag ein, Tag aus so viele echte Schrecken in den Nachrichten gab. Das Tor knarrte und kreischte laut, als sie es ein Stück weit öffnete. Irgendein Vogel, vielleicht eine Elster, reagierte darauf mit einem Krächzen. Möglicherweise glaubte sie, das Exemplar einer anderen Spezies wäre in ihr Revier eingedrungen und wollte mit ihr um die Mäuse konkurrieren, die sich in dem finsteren Backsteinbau tummelten. Als wüssten sie jetzt schon, dass er, eines Tages, ihnen allein gehören würde. Mord schlüpfte durch den schmalen Spalt und schob das Tor hinter sich wieder zu. Noch ein gruseliges Metallkreischen hallte von den Mauern des Herrenhauses wieder. Abermals fröstelte Mord in der kalten Abendluft. Sie hörte ein Fenster hoch oben knarzen und klappern. Auch nach all den Jahren rief dieser Ort immer noch eine Gänsehaut bei ihr hervor. Sie eilte den Weg entlang und stieg die bröckeligen Steinstufen zur Eichentür des Herrenhauses hoch. Wie üblich klopfte sie nicht an, sondern öffnete die unverschlossene Tür und trat ein. Sie fragte sich, ob Basil und Alicia abends abschlossen, wenn sie gegangen war. Vielleicht sparten sie sich die Mühe. Soweit Mord es beurteilen konnte, gab es drinnen kaum etwas, das sich zu stehlen lohnte. Das ganze Gebäude war lediglich vollgestopft mit albernem Kram aus Basils alten Filmen. Staubfänger zumeist. Und welcher Trottel war hier fürs Staubwischen zuständig? Unter Aufsicht von Basil, dem Perfektionisten? Genau. Mordfeu. Sie huschte in die große Eingangshalle mit der Galerie und den alten Gemälden. Als sie ihren Regenmantel ausgezogen hatte, zitterte sie erneut. Zwar war sie jetzt vor dem Wind geschützt, der draußen peitschte, doch hier drinnen war es alles andere als warm. Natürlich würde diese abendliche Pflichtübung noch mühseliger sein und sie noch mehr frieren lassen, wenn der Herbst erst im Winter wich. Vielleicht wird es Zeit, sich einen anderen Job zu suchen. Aber wie oft schon war ihr dieser Gedanke gekommen. Und jedes Mal hatte Basil, immer mit diesem Lächeln und dem strahlenden Gesicht, das bis heute bewies, warum er einst ein großer Filmstar gewesen war, einen Arm um sie gelegt und gesagt, Mord, liebe, liebe Mord, unsere treue und verlässliche Hilfe. Diesen Worten folgte stets, was schon ein bisschen viel, ja, fast ein wenig frech war, ein Schmatzer auf die Wange. Wenn die Zeit kommt, werde ich sie nicht vergessen. Ganz gewiss nicht. Und angesichts dieser verlockenden Aussicht fiel es Mord schwer, ihren Job einfach aufzugeben. Würde Basil sie wirklich in seinem Testament bedenken? Mit einer Kleinigkeit? Oder mehr als nur einer Kleinigkeit? Man darf ja wohl noch träumen, oder? Womöglich wäre es genug, um ihren Traum von einem hübschen kleinen Cottage in Spanien wahrzumachen. Angeblich sind die jetzt spottbillig, dachte sie. Also blieb sie. Lächelte. Ging ihren Pflichten als Haushälterin nach, die zudem für das Kochen zuständig war. Auch wenn Alicia manchmal Letzteres übernahm und bei der Zubereitung ihrer Bocatini-Pomodoro die gesamte Küche verwüstete. Mord hängte nun ihren Mantel an die Garderobe neben der Tür, wo sich Gummistiefel, Regenschirme und zusätzliche Regenmäntel befanden, die dort alle für Gäste und unerwartete Besucher bereitgehalten wurden. Von denen es, so viel ist sicher, in den letzten Jahren kaum noch welche gegeben hat. Letzten Monat jedoch war im Haus mehr Betrieb gewesen als sonst. Wegen Carina, der verlorenen Tochter. Sie war von den Catwalks in New York zurückgekehrt. Und das anscheinend für immer. Catwalks. Ja, das passte. Carina konnte richtig zickig werden und wie eine Katze ihre Krallen ausfahren, wenn ihr etwas gegen den Strich ging. Und da war noch dieser komische Journalist, der hier herumlungerte, sie ständig beobachtete, sich völlig lautlos bewegte und das Haar, wie mit altmodischer Pomade, ganz nach hinten gekämmt hatte. Seine stets ein bisschen blutunterlaufenen Augen ließen keinen Zweifel daran, was der Mann täglich zu sich nahm. Der Kerl führt bestimmt nichts Gutes im Schilde, dachte Mord. Sehr verschlagen. Zum Glück war er zu ihren Arbeitszeiten oft mit Basil in der Bibliothek, wo sie an ihrem Buch arbeiteten. Der großen Biografie von Basil Coates höchstpersönlich. Oder, was noch häufiger vorkam, er schlief in einem der alten Dienstbotenzimmer ganz oben im Haus. Oder er scherwenzelte um Carina herum, wenn sie im Haus war. Als würde die sich mit ihm abgeben. Ach ja, in diesem Haus geschieht nicht viel, was ich nicht sehe, dachte Mord mit einem zufriedenen Schmunzeln. Sie wandte sich zur Küche im hinteren Teil des Hauses. Auf dem Weg dorthin kam sie an der großen Freitreppe mit dem kastanienbraunen Teppich vorbei, dessen Muster ausgeblichen war. Im Treppenaufgang und im Flur hing eine Reihe düsterer Gemälde, die meisten von ihnen gaben Szenen mit Basil in seinen, wie er es nannte, wichtigsten Filmrollen wieder. Basil als Vampir. Basil mit Tropenhelm, der einen Sarkophag öffnete. Basil in einem Labor, wie er irgendein Monstrum zum Leben erweckte. Wie das Haus waren auch die meisten Bilder dunkel und unheimlich. Es gab außerdem einige Bilder von Alicia, aus der Zeit, als sie noch ein unschuldiges, junges Mädchen gewesen war. Auf ihnen sah sie umwerfend schön aus. Eine absolut hinreißende, südländische Schönheit. Mord schritt durch den langen Flur zum Küchenbereich und ging im Geiste durch, was heute Abend zu tun war. Kessel anstellen, einige Kekse und Kuchenstücke auftragen, die Reste vom heutigen Abendessen wegräumen, Dover Seezunge mit einem schlichten Römer-Salat, dann den Tisch für das Frühstückmorgen decken. Basil achtete wahrlich auf sich. Er aß gesund und blieb so aktiv, wie es ihm möglich war. Sie machte ein paar Schritte in die Küche hinein. Die Dielenbretter knarrten. Plötzlich ein gellender Schrei, der das gesamte Gebäude durchdrang. Mord erstarrte. Und dann noch ein Schrei, nun gemischt mit einer Männerstimme. Letztere war ohne Frage die von Basil, der laut etwas brabbelte. Mord fühlte, wie ihr Herz raste, als sie sich umdrehte. Für einen Moment stand sie stocksteif da, wie gelähmt von den entsetzlichen Lauten. Dann aber löste sie sich aus ihrer Schockstarre und lief so rasch sie konnte. Was nicht besonders schnell war. Zur Treppe und nach oben. Dabei dachte sie, irgendwas muss da oben passiert sein. So wie letzte Woche schon. Und die Woche davor. Etwas Schlimmes. Der dritte Zwischenfall. Während Mord die Stufen hoch eilte, hielt sie sich mit einer Hand am Geländer fest. Sie war nicht gerade in bester Form. Und diese Hetzjagd, zur Quelle des Geschreis, machte sie atemlos. Sogar etwas schwindelig. Als sie den Flur oben erreichte, erkannte sie, woher der Lärm kam. Es war das Hauptschlafzimmer. Einer der besonders düsteren Räume in diesem eh schon düsteren Haus. Die Schreie waren in der Zwischenzeit einem Schluchzen gewichen. Und nun erklang wieder Basil's Stimme, die jetzt verständliche Worte äußerte. Mein Gott, ich begreife das nicht. Immer noch außer Atem ging Mord langsam auf das Zimmer zu. Am Eingang zum Raum blieb sie stehen und holte Tiefluft. Welcher Anblick mochte sie auf der anderen Seite der Tür erwarten? Das Schlafzimmer war leer, die Beleuchtung gedämpft. Mord blickte sich um. Ein Streifen kaltes Licht drang aus der halboffenen Tür zum Bad, in dem sich Schatten bewegten. Sie durchquerte den Raum und stieß vorsichtig gegen die Badezimmertür. Das Bad wirkte kalt und steril. Mit seinen weißen Bodenfliesen und den trübweißen Wänden erinnerte es an einen Operationssaal aus dem 19. Jahrhundert. Und dort, mit dem Rücken an den Handtuchständer gelehnt, stand Basil, der Elysia dicht an sich gedrückt hielt. Beide schüttelten die Köpfe und hatten sich schützend aneinander geschmiegt, als wären sie mit etwas unglaublich Schrecklichem konfrontiert. Mord hörte Wasser laufen. Die Wanne befand sich auf der dem Ehepaar gegenüberliegenden Zimmerseite. Natürlich war es keine moderne Badewanne, keiner von diesen schicken Whirlpools. Es handelte sich um eine uralte Clownfußwanne und die Dame des Hauses genoss ihr Bad darin, gern mit lauter brennenden Kerzen im Raum. Die mit ihren Macken. Alles ganz hochherrschaftlich, als wäre sie eine verdammte Adlige. Doch als Mord jetzt den Kopf drehte und von dem erschütterten, zitternden Paar zur Wanne blickte, sah sie, dass sie sich in der Nähe